So, willkommen zurück zu L.A. Noire. Wir stillen jetzt erstmal unser neues Auto. Das alte steht noch da. Das ist ein geiles Auto eigentlich. So, mal sehen wie lang das noch da steht. Ich steig ein. Jetzt ist es weg, glaube ich. Ja, siehst du, jetzt ist es weggespawned. Okay, äh, neue Runde, neue Autos. So, äh, hier oben ist schon wieder das nächste. The next level. Geil, was war das denn? Geilen Sound hat er aber. So, können wir erstmal eine Runde rasen? Ja, du musst es dann halten. So, siehst du. Das sind auch, glaube ich, nirgendwo Schilder mit, äh, Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, fahr doch selber. Jetzt wurden wir geblitzt, oder was? Ne. Sehenswürdigkeit. Plus fünf Erfahrungen. Und noch eins. Musso, Franks. Musso und Franks. Franks. Glaube ich, stand da gerade. So, jetzt zieh hoch, ne? Brumm, brumm. Ja, ja, ja. Boah. Was? Oh, ein Bonzenviertel, oder was ist das? Einfach mal stehlen, das Auto hier. Einfach stehlen. Aus der Garage. Wir haben Sonderrechte. Okay, so, Karte. Oh, jetzt haben wir es ja weit. Bis hier runter können wir jetzt fahren. Warte. So, ungefähr. Ich glaube, hier ist ja keins mehr. Ne, gut. Fahren wir runter auf dem Hollywood Boulevard. Fahren wir am besten hierher. Und dann hier runter. Weil da finden wir vielleicht auch noch ein paar Sehenswürdigkeiten. Müssen wir erstmal umdrehen. So, okay. Kamera mitdrehen, dass wir auch wissen, wo wir hinfahren. Oh, zu weit gefahren. Warte, mach mal ganz gekonnt so. Geh doch mal weg. War nicht schon irgendwo der Boulevard? Das hier, oder? Ja. Hoffe ich doch mal. Ja, genau. Hollywood Boulevard steht gerade gleich auf der Karte. Hollywood steht schon da. So, keine Schnappschüsse mehr. Wuh, alter. Boah. Was, wie... Wie... Hat denn der abgebogen? Alter. Also, komm, da kann man nichts... Also, da kann ich jetzt nichts für, ja? Davon schon, aber... Das andere, da... Halte ich mich mal raus. So. Ohne Flanks. Oh, alter. Boah. Denkst du, die fahren weiter und dann... Machen die so eine Scheiße. Musst ja eigentlich auf jeder Kreuzung hupen. Abbremsen und jetzt wieder hier eine scharfe Kurve und außenrum überholen. Jawoll, so. Erster Platz. Von eins. Alter, ich dachte, da kann man durchfahren. Scheiße, das Auto macht es bestimmt nicht mal lang mit. Was ist denn hier in der Nacht für Verkehr? So, so kommt man wesentlich besser durch. So, hast du was? Ja, ist ja okay. So. Okay, äh, hier runter jetzt. Äh. 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 Ja, so heiß ich. Okay, jetzt müssen wir gleich... Oh, jetzt sind wir gleich da. Oh, come on! Ja, ist doch mal gut. Miep, miep. Hub, hub. Muss man auch mal den Hubraum... ...testen. Auch bescheuert, oder? So. Was hat der für einen Hubraum? Also, die Garage füllt sich schon mal aus. Oh, was macht der denn? So, steck ein. Von unserer Rakete hier. Da hast du schon mal windschnittig geschnitten, ne? Super, war da jetzt erstmal jucken. Bis zum nächsten ist auch gar nicht so weit. Hier unten sind dann noch irgendwo welche. Glaube ich. Ja, hier unten. Gut. Boah, geil. Boah, der geht ab. Geil. Geil, Autos. Boah. So. Haben wir super durchgepasst. Boah, der ist geil. Aber jetzt sind wir aber schon leider da. Sehen, ob der besser ist hier. Oh, da hat sich auch jetzt die Texturen langsam aufgebaut. Oh, James Bond. James Bond lässt grüßen. Kiss Italia Coupé. Wo geht's raus? Da drinnen geht's raus. Oh, diesmal steht er auch noch da. Gut. So, dann schauen wir mal, äh, wo es hingeht. Unsere Reise. Weiter raus kann ich jetzt leider nicht zoomen. Die haben wir schon mitgenommen. Boah, hier, hier, der unten. Hier runter müssen wir erst fahren, gut. Okay, so. Miep. Haben wir einen langen Weg vor uns? Darf man das Auto jetzt nicht so schrotten? Über die nächste Kreuzung sagt unser Chef, der weiß ja, wo die Autos sind. Der hat uns angestiftet. Unser Kollege, er. Okay. Ja, du hast das zu spät gesagt, dass ich hier abbiegen sollte. Boah, die Autos sind geil. Hohohoho. Ich freu mich da übelst. Wie in so Rennspielen. Können wir eigentlich auch so einbauen. Die biegen schon ab, weil wir, weil die gesehen haben, dass wir viel schneller sind. Okay, geil. Das läuft super. Oha. Okay. Boah, ich finde das voll geil. Vor allem jetzt ohne Anstoßen schon. Fast ohne Anstoßen. Aber viel Geschwindigkeit haben wir ja dann nicht verloren jetzt. Boah. Nein. Scheiße. Jetzt sind wir auch kaputt. Mist. Sorry. Okay. Out of the car. It's an emergency. So. Okay. Das erste Mal, dass wir unser Auto total gestrottet haben. Aber das ist... Naja, gut. Waren auch sehr schnell. Hallo, was macht denn der? Ich finde, der Pferd auch nicht langsamer als die anderen. So. Boah. Hahaha. Das war cool, oder? Zumindest nicht uncool. Alter. Da musst du doch sehen, wo wir langfahren. Ach, Mensch. So. Einfach mal die Sirene spüren. Boah, die hauen hier alle ab. Oh, das war gerade Dampflok, oder? Eine dampfende Lok. Oder war es das Teil? Und hier sind wir schon beim nächsten Auto. Auto. Tatü, tata. Da müssen wir hinten wieder rum. So. Hier. Was haben wir hier Schönes? Wenn der nicht schnell ist, dann weiß ich auch nicht, der Phantom Corsair. Okay. Ich weiß jetzt immer nicht, ob ich die Autonamen richtig ausspreche. Tut mir leid. Und hier unten ist dann schon der Nächste. Und da hätten wir unser Ziel dann für diese Folgen dann auch erreicht. Was hupt denn hier die ganze Zeit? Okay, wir fahren jetzt einfach mal hier gerade aus. Okay. Was hupt denn hier? Das gibt's doch gar nicht. So, das klingt ja wie Dampflok, ne? Oder? Was sagst du? Fährt hier irgendwo Dampflok lang? Ein Wahrzeichen wieder. The 4th Street. Und das andere konnte ich jetzt gerade nicht lesen. Kenn mich da auch nicht so aus. Im Hafen sind wir da, oder was? Das ist ja auch nicht so aus. So, jetzt müssten wir hier irgendwo rein. Weiß jetzt auch nicht genau, äh, weiß jetzt auch nicht genau wo. Mal kurz schauen. Hier nicht. Hä? Wo müssen wir denn da hin? Auf der anderen Seite. Hat der eigentlich vier Räder? Ja. Wird schon sagen. Also muss der hier irgendwo sein. Da hab ich auf die falsche Seite geguckt. Ah, hier, gut. Wissen wir Bescheid? Das müsste ja das letzte sein, oder? Also, was ist das denn? Ja, dann auch schön. Ah, wenn wir hingucken, da verschwinden die nicht. War schöner Einfall, solche Autos einzubauen. Jetzt fahren wir noch, äh, zum nächsten Ziel, würde ich sagen. Ähm. So, Orte. Zum Zentralrevier oder Busbahnhof. Ich würde sagen, zum Zentralrevier. Und das ist dann noch ein kleiner Weg, den wir da, äh, ausprobieren können. Und dann machen wir erst mal ein Folgenpäuschen. Aber ihr könnt ja jetzt noch mal anschauen, wie das Auto denn so fährt. Obwohl das schon sehr lang schämig. So ein Auto habe ich übrigens noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob es die wirklich gibt. Wo fahren wir da? Ah, hier müssen wir lang. Über die Brücke müssen wir ja da wieder. Ups, scheiße. Okay. Ah, da hinten ist ja ein Propeller drin. Guck mal. Der dreht sich immer. Ah, der fährt nicht gut in die Kurven. Ist eigentlich kein gutes Auto, finde ich. Was ist denn das für eine Musik im Hintergrund? Peng, peng, peng. Der ist gerade rechts gefahren, wo wir geübt haben. Gut zu wissen. Passen wir jetzt eigentlich nur die ganze Zeit gerade aus, oder was? Boah, Alter, die passen auch nicht auf, ne? Was sind denn das für KI-Fahrer? Okay, rechts hier. Fahren wir gleich mal rechts. Weiter hier. Warum denn gerade aus? Na, da wird es schon wissen. Ja. Würde ich auch sagen. Sonst entfernen wir uns zu weit. Gut, mach ich gern. So, gerade aus jetzt. Die Straßenbahn, die haben ja auch ein... Also, was macht der denn? Die haben auch ein ordentliches Tempo manchmal drauf. Und jetzt sind wir hier am Zentralrevier. Und wir sehen dann mal in der nächsten Folge, was es da so gibt. Bis dahin. Oh, oh, nein. Hey. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.